Und welches haben wir erst nur gewählt? Das ist jetzt mein neuer Spruch für die Demokratie. Herzlich willkommen zu Tapete Nummer 12. Oder waren wir schon mal 16? In jedem von uns steckt ein Kack-Politiker-Arsch. Und ein Soldat. Es ist vorige Wahrheit. Man muss immer seinen inneren Politiker und seinen inneren Soldaten bekämpfen. Weil Politiker und Soldaten sind, ja. Also demnächst sind wir mal einen richtigen Kurzfilm. Und ähm... Bis dahin... Checkt jeden Tag meinen YouTube-Channel. Oder abonniert. Da braucht ihr mich jeden Tag checken. Aber wenn ihr nicht abonniert, checkt jeden Tag meinen YouTube-Channel. Und das Wort Tapete Nummer 19. Das war ein guter Blast wirklich. Nur habe ich meine Mütze verletzen. Das ist mein einziger Fehler. Nummer 18, also PJ. Das ist schön dabei. Jetzt können wir es nach cross border. Als nächstesProdukt 4 Liter. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020